So, da steht jetzt am Start die Klappe 3. Der Start wird eingeschaltet. Die Klappe geht gleich aus und dann wird es gestartet. Der Start kommt den beiden Audi Quack hoch. Da gehen sie alle ziemlich schnell rund um die Kurve. Die Klappe geht gleich aus und dann wird es gestartet. Die Klappe geht gleich aus und dann wird es gestartet. Die Klappe geht gleich aus und dann wird es gestartet. Die Klappe geht gleich aus und dann wird es gestartet. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018